Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich verlange meine Freilassung Unglaublich, es kann sprechen Natürlich kann ich sprechen Und nun lassen Sie mich raus oder ich kreische los Lassen Sie mich raus Erst wenn ich einen gründlichen Blick auf Sie geworfen habe Guten Abend Sie sind also der lustige kleine Mann, der mir immer gefolgt ist Lustiger kleiner Mann? Sie wagen es Ich darf Sie wissen lassen, ich habe eine mehr als respektable Größe für ein Umpa-Lumper Ein Umpa-Was? Tatsächlich erachtet man mich in Lumperland als echten Turm Gestatten, Lofti der Große Und ich wäre dankbar, wenn Sie mich nicht anstarren, wie etwas Unerquickliches in Ihrem Taschentuch Ich finde das unangenehm und offengesagt ungehobelt Ähm, Entschuldigung Jetzt lassen Sie mich raus Sie haben überhaupt kein Recht, unschuldige Fremde in Flaschen abzufüllen Unschuldig Sekunde, Sie haben mich doch bestohlen, schon viele Jahre Na, Sie haben doch angefangen Ich? Sie haben unsere Kakaobohlen gestohlen Wovon reden Sie überhaupt? Soll das bedeuten, Sie erinnern sich nicht mal mehr? Aber woran erinnern? An dem Tag, an dem Sie mein Leben zerstört haben Nein, daran erinnere ich mich nicht Nun denn, junger Mann Erlauben Sie mir, Ihr Gedächtnis aufzufrischen In Form eines Liedes, das derart eingängig ist Dass es Ihnen womöglich nie wieder aus dem Kopf geht Oh, ich glaube, das will ich nicht hören Zu spät Ich habe zu tanzen begonnen Es gibt kein Halten mehr Sie werden sie Um-pap-lum-pap-dumpi-di-du Jetzt wird es tragisch Hören Sie zu Erwischt Sie sind also der lustige kleine Mann, der mir gefolgt ist Lustiger kleiner Mann? Sie wagen es Ich darf Sie wissen lassen Ich habe eine respektable Größe für ein Um-pap-lum-pap Ein Um-pap-was? Tatsächlich erachtet man mich in Lumperland als echten Turm Sie nennen mich Lofti der Große Entschuldigung Ladies und Gentlemen, ich grüße Sie alle Mein Name ist Willy Wonka Sehen Sie, ich bin eine Art Zauberer Seien Sie bereit, verblüfft zu sein Eine Teekanne Erfinder Ich präsentiere Willy Wonkas wilden und wunderbaren Wischi-Waschi Wonka-Buffi-Ger Das will ich nicht wiederholen Und Schokoladenmacher Die beste Schokolade der Welt Oh Er ist gut Zu gut Und jeder kann sie sich leisten Sogar die... Die Armen? Er kann es nicht leiden, wenn man arm sagt Überbringen Sie Wonka eine Nachricht Du verkaufst keine Schokolade in dieser Stadt Sonst gibt's mehr als einen Schlag auf den Kopf Ich hab keinen Schlag auf den Kopf gekriegt Was ist heute mit mir los? Sie sollten sich gegen diese Robbocken wehren Auf der Rübe ein Zeug Ich hab ne Idee Wo fangen wir an? Bei Schokolade natürlich Alles Gute auf dieser Welt hat mit einem Traum angefangen Darum halte deinen gut fest Ich denke, es ist Zeit, die Welt zu ändern Gute Nacht, Sir Ich mach mich lang Wie meinen? Ach nichts Nun, irgendwas muss ja sein, denn Sie sagten Vergessen Sie es Na schon Du warst schon wieder Sagen Sie, was los ist Oder ich pikse Sie böse mit einem Cocktail-Spieß Daher die Welt Daher die Welt St customs Koh Bis zum nächsten Mal.